Hallo, im folgenden Screen Movie möchte ich meine Projektaufgabe vorstellen. Und zwar ist das der sogenannte Dateibaum und der sieht folgendermaßen aus. Hier sind die einzelnen Äste, Stellenordner da und die Blätter, Bilder in den Ordnern. Die Blattfarbe wird aus der Durchschnittsfarbe des jeweiligen Bildes dann berechnet, was einige Zeit in Anspruch nimmt. Ja, wenn man sich das nicht immer so langwierig berechnen lassen möchte mit der Blattfarbe, kann man hier auch umschalten auf Unicolor Leaves. Dann sind alle Blätter grün und es wird wesentlich schneller gezeichnet. Also ich habe das mit Absicht nicht zeichnen lassen mit der Durchschnittsfarbe, sondern es schon vorher gemacht, weil es eine Ewigkeit dauert. Ja, eine weitere Einstellungsmöglichkeit ist die Astlänge. Im Moment entspricht die der Tiefe im Ordnerbaum. Man kann das aber auch umstellen, beispielsweise auf den Ordnernamen. Dann ist das alles ein bisschen chaotischer, weil je länger der Ordnername, desto länger der Ast. Und was eigentlich relativ hübsch und repräsentativ ist, ist eine kombinierte Astlänge aus Ordnergröße und Tiefe im Ordnerbaum. Ja, wenn man sich ein paar mehr Blätter anzeigen lassen will, kann man sich auch alle Dateien als Blätter anzeigen lassen. Dann ist dieser Baum ein bisschen voller. Dann kann man sich auch noch den Startordner auswählen. Im Moment wird einfach der Pictures-Ordner des angemeldeten Benutzers als Startordner genommen. Das kann man aber auch ändern. Ich nehme mal das hier. Das gibt zwar einen relativ kleinen Baum, aber da sieht man das schon ganz gut. Wenn keine Benutzerrechte vorhanden sind für den entsprechenden Ordner, dann kommt auch eine entsprechende Meldung. Wo ist jetzt mein Dateifenster? Übrigens die GUI, die habe ich mit der Ctrl-P5-Library gemacht. Und manchmal sind die Knöpfe ein bisschen taub. Es sieht ganz nett aus, ist einfach zu benutzen, aber hat noch ein paar kleine Schnitzer. Gut, wenn ich jetzt beispielsweise den Library-Ordner anwähle, da habe ich nicht überall genügend Rechte, genügend Zugriffsrechte. Dann dauert das eine Weile. Dann zeichnet er einen komischen Baum und gibt mir auch eine entsprechende Meldung, dass ich nicht überall genügend Benutzerrechte habe. Und dann in dem Fall kann ich auch zu den Default-Settings zurückgehen und habe wieder einen schönen Baum. Ja, wie habe ich das Ganze gemacht? Ich habe drei Hauptbestandteile. Und zwar habe ich auf der einen Seite meine GUI, auf der anderen Seite mein Dateisystem, was hier abgetastet wird. Und dann habe ich noch Äste, Blätter und den Dateibaum an sich. Das sind halt die Elemente, die gezeichnet werden. Ja, das Ganze läuft so ab. Erst einmal wird das Dateisystem abgetastet. Wenn das fertig ist, wird aus den abgetasteten Ordnern dieser Baum erzeugt. Und wenn der fertig erzeugt ist, wird er dann gezeichnet. Hier bin ich folgendermaßen vorgegangen. Am Anfang hatte ich alle Äste als verkettete Liste. Also ein Ast enthält seine Kinder, auch ebenfalls von der Klasse Ast. Das war aber sehr lange zu berechnen, weil es wurden immer rekursiv neue Äste erzeugt. Und das hat halt ewig gedauert. Deshalb bin ich auf einen anderen, auf einen kleinen Trick gekommen. Und zwar habe ich in der Klasse Baum, habe ich ein Array Äste. Und da sind erst einmal alle Äste drin. Damit ich aber von einem Ast auf seine Kinder bzw. auf den Vater schließen kann, kennt jeder Ast in Bezug auf diesen Haupt-Array die Indizes seiner Kinder und den Index seines Vaters. Und so kann ganz schnell da durchgesprungen werden, ohne dass man so einen Krampf beim Erzeugen hat. Und beim Zeichnen findet das folgendermaßen statt. Also er zeichnet erst einmal klar den Stamm, dann alle Kinder des Stammes. Und dann springt er immer zum ersten Kind und dann, also sukzessive immer zum ersten Kind, bis er halt auf eine Sackgasse stößt, also bis keine Kinder mehr vorhanden sind. Und dann arbeitet er sich zurück und guckt beim vorherigen Ast. Hat dieser Ast noch Geschwister, die gezeichnet werden müssen? Oder, Moment, was muss ich erst einmal raussuchen? Also er hat halt eine Methode, die nennt sich Jump Back to Parent. Und da kann er halt zurückspringen. Und dann gibt es noch die Methode Get Next Unborn Child, wo er halt guckt von dem jeweiligen Ast, wie viele Äste noch nicht gezeichnet sind. Ob ein Ast jetzt gezeichnet ist oder nicht, das weiß er selber. Und zwar gibt es hier die Bullshit-Variable Growing. Und sobald ein Ast einmal gezeichnet wurde, wird die auf False gesetzt und er wird halt nicht nochmal gezeichnet. Ja, Probleme. Ein Problem war, dass sich ja die Blätter überlagern an diesem Baum. Und ich wollte das eigentlich mit Nodes und Springs lösen. Das sind Klassen aus der generative Gestaltung-Library. Und mit diesen kann man es hinkriegen, dass sich Elemente abstoßen gegenseitig. Hier war aber das Problem, ein solcher Spring hat einen Anfangsnode und einen Endnode. Ein Ast hat aber einen Anfangspunkt, den Vaterast, aber mehrere Endpunkte, wenn er halt Blätter hat. Und das Ganze ließ sich halt nicht mit der ganzen Logik dieses Baumes vereinbaren. Und zum anderen war ja auch so ein bisschen das Ziel, eine organische Struktur zu erschaffen. Und da ist es eigentlich ganz normal, dass sich Blätter überlagern. Ein anderes kleines Problem war die Dateigröße. Und zwar sollten die jeweiligen Blätter in ihrer Größe der Dateigröße entsprechen. Und das lässt sich auch nicht wirklich umsetzen. Es wird aber ewig lang berechnet, weil erst einmal sortiert werden muss, welches ist die größte Datei, welches ist die kleinste Datei. Und dann nochmal entsprechend die Dateigröße berechnen werden muss. Und da ich ja schon dieses aufwendige Berechnen der Durchschnittsfarbe da drin habe, habe ich gedacht, ich spare mal ein bisschen Zeit und lasse das mit der Größe raus. Ja, das wäre es eigentlich schon zu meinem Dateibaum. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bedanke mich fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Tschüss!